Seit Monaten geht es hin und her, jetzt ist es sicher. Das Bürgerbegehren über die Zukunft der Metzinger Bäder ist zulässig. Ausgangspunkt ist eine Gruppe von Metzingern, die die Entscheidung des Gemeinderats, ein Kombibad am Bongardwasen zu bauen, kippen möchte. Dieser Entscheidung ging allerdings eine umfassende Bürgerbeteiligung vor, die sich nach ausgiebigen Beratungen vor das Kombibad ausgesprochen hatte. Der jetzt anstehende Bürgerentscheid soll am 18. November diesen Jahres über die Bühne gehen. Wahlberechtigt sind alle Metzingerinnen und Metzinger, die mindestens 16 Jahre alt sind.